Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Das ist der Kern unserer genossenschaftlichen Idee. Ganz einfach und ganz logisch. Und deswegen sind allein in Deutschland 20 Millionen Menschen Mitglied einer Genossenschaft. Bei den Genossenschaftsbanken sind es mittlerweile über 18 Millionen. In Europa sind es 140 Millionen. Und weltweit sind sogar 800 Millionen Menschen von der genossenschaftlichen Idee überzeugt. Kein Wunder. Genossenschaften sind für alle ein Gewinn. Wir sind keine Aktiengesellschaft, für die der Profit alles ist. Wir Genossenschaften sind nur unseren Mitgliedern verpflichtet. Und nur unsere Mitglieder bestimmen, wo es lang geht. Jeder mit einer Stimmung. Ganz demokratisch. Neben der Forderung unserer Mitglieder sind wir auch Werten verpflichtet, nach denen wir handeln und wirtschaften. Hilfe zur Selbsthilfe zum Beispiel. Denn wir möchten, dass unsere Mitglieder möglichst rasch, ohne fremde Hilfe Erfolg haben. Außerdem sind wir subsidiär. Subsidie? Was? Subsidiär. Bei uns erledigt jede der über 1100 eigenständigen Genossenschaftsbanken selbstständig, was sie selbstständig erledigen kann. Wo es für unsere Mitglieder und Kunden Vorteile bringt, kooperieren wir. Dazu haben wir für spezielle Aufgaben Partnerunternehmen gegründet. Die Partner in der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken finden die besten Angebote und Leistungen für unsere Mitglieder und Kunden. Durch unsere regionale Verwurzelung sind wir zudem ganz nah dran an den Menschen. Denn auch wir Genossenschaften leben und arbeiten in der Region. Dort bilden wir junge Menschen aus, schaffen und erhalten Arbeitsplätze. Und zahlen Steuern. Was man wahrlich nicht von allen Firmen sagen kann. Wir sind in aller Bescheidenheit die Ersten, die Global Denken und Lokal Handeln praktiziert haben. Auch andersherum. Lokal Denken, Global Handeln. Eine echte globale Idee also. Die genossenschaftliche Idee. Kann man so sagen. Und wo kommt sie her, die Idee? Zurück zu den Wurzeln. Willkommen bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken. Herr Schulze-Delitzsch, Herr Raiffeisen, Ihre Idee ist nur ein bisschen gewachsen. Wir sind immer noch so dickköpfig wie Sie damals. Wir verzichten immer noch auf staatliche Hilfen. Rennen keinen Börsentrends hinterher, sondern fragen uns immer wieder aufs Neue. Was brauchen die Menschen? Und deshalb hören wir Ihnen ganz genau zu und sprechen mit Ihnen. Auf Augenhöhe. Als Partner. So finden wir gemeinsam die optimale Lösung in allen Regionen. Für unsere Kunden und vor allem für unsere Mitglieder. Für Sie und uns alle gilt weiterhin. Lassen Sie uns raten. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine alleine nicht.